E-Auto-Akkus werden jetzt günstiger, denn die Rohstoffpreise gehen nach unten und das macht gute Elektroautos unter 25.000 Euro endlich möglich. Eines davon wird auch das Tesla Model 2 Q oder Tau sein, wie immer es auch heißen wird und Gerüchten zufolge könnte es auch schon bald in der Giga Berlin in Deutschland gebaut werden. Außerdem in unserem Newsflash. V4 Supercharger in Deutschland im Betrieb. Riemanns Nivera fährt fast 300 kmh rückwärts. Audi A6 Avant e-Tron und Q6 e-Tron Sportpack als Erlköniger erwischt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei den News der Woche. Der Black November ist bei Insel Drive zurück. Jetzt gibt es Elektroautos so günstig wie noch nie. Schaut daher unbedingt mal rein und holt euch in Deutschland euren Super Black November Deal mit dem Hyundai Ioniq 5 sowie mit dem VW ID.5 und in Österreich mit dem VW ID.4 als Neuwagen. Falls ihr gerade auf der Suche nach einem gebrauchten Elektroauto seid, dann schaut euch unbedingt mal das Second Easing von InstaDrive an. Da bekommt ihr junge Gebrauchtwegen im All-Inclusive-Abo und zu den besten Preisen im Black November Deal. Unter diesem Link hier oben findet ihr alle InstaDrive Black November Deals. Falls ihr schon elektrisch unterwegs seid, dann holt euch unbedingt noch eure THG-Prämie. In Deutschland ist die zwar gerade echt niedrig. Die Gründe haben wir euch transparent in diesem Video hier oben zusammengefasst. Allerdings ist die Prämie in Deutschland für 2023 nur noch bis 15. November zu beantragen. Nehmt euch daher unbedingt noch das, was der Marktpreis derzeit hergibt, um nicht ganz leer auszugehen. In Österreich sieht das Ganze zum Glück deutlich besser aus. Da bietet euch InstaDrive 450 Euro Fixprämie an, dafür, dass ihr elektrisch und nachhaltig unterwegs seid. Jetzt kommen sie, die richtig günstigen Elektroautos. Und das hat einen wesentlichen Grund. Denn endlich gehen die hohen Rohstoffpreise der letzten Zeit auch mal wieder zurück. Günstige Elektroautos sind der Schlüssel für den weiteren Durchbruch der E-Mobilität. Und um neue Elektroautos zu preisen unter 25.000 Euro und in weiterer Folge unter 20.000 Euro anbieten zu können, braucht es vor allem eines, nämlich günstige Akkus. Im Jahr 2022 kostete die Kilowattstunde Akkukapazität noch rund 155 US-Dollar. Das sind bei einem 50 Kilowattstunden Akku dann doch 7.750 US-Dollar für den Akku. Gerade im Jahr 2022 war jedoch auch die Verfügbarkeit von bestimmten Rohstoffen sehr schwierig, was den Preis natürlich auch oben gehalten hat, muss man sagen. Jetzt gehen aber neueste Analysen von einem Rückgang auf 99 Dollar pro Kilowattstunde bis zum Jahr 2025 aus, womit der eben genannte 50 Kilowattstunden Akku nur noch 4.950 US-Dollar kosten würde. Damit würden die Kosten um knapp 40% sinken. Und da sage ich nur, johey! Wodurch dann auch die bereits angekündigten günstigen E-Autos wie der VW ID.2 All oder auch der Cupra Raval zu wirklich guten Einstiegspreisen umgesetzt werden können. Citroën bringt ja bereits 2024 den E-C3 für unter 25.000 Euro und will 2025 sogar mit unter 20.000 Euro ins Rennen gehen. Ja, und auch Skoda plant ein entsprechend günstiges Elektroauto. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, VW ID.2 will ja mit dem noch günstigeren Modell mit dem Namen Seagull in Europa angreifen, nachdem ja sie anfänglich damit gezögert haben. Und auch Tesla bringt mit dem Model 2 bzw. Model Q oder Tau, wie immer der Name dann auch sein wird, der steht ja noch nicht fest, ebenfalls ein günstiges 25.000 Elektroauto auf den Markt. Bisher gingen ja Analysten von einem Rückgang der Kosten von maximal einem Drittel bis 2025 aus. Aber wenn man auf diese Grafik von Goldman Sachs blickt, dann liegen wir bis 2030 sogar nur noch bei rund 70 Dollar pro Kilowattstunde. Also 3500 US-Dollar für einen 50 Kilowattstunden Akku. Und das ist mega, sage ich mal nur. Für gute Hälfte des Rückgangs der Kosten sind wohl sinkende Preise bei Lithium, Nickel und Kobalt verantwortlich. Dadurch könnte bereits Mitte des Jahrzehnts eine Kostenparität mit den Verbrennern erreicht werden. Und das ohne Berücksichtigung einer Elektroautoförderung. Damit dürfte die E-Auto-Nachfrage dann erneut einen Boom oder Schub nach oben erreichen. Und ja, wir uns an einer umweltfreundlichen Mobilität erfreuen. Zu einem weiteren Sinkflug der Batteriekosten werden auch neue Technologien beitragen. Wesentlich dabei werden vor allem verbesserte Materialien sein, um insgesamt dann auch höhere Energiedichten zu erreichen, aber auch größere Zellen, wie zum Beispiel jetzt schon die 4680er Zellen bei Tesla, statt den bisherigen 2670er bei Tesla, die die Sell-to-Pack-Montagekosten weiter reduzieren. Übergreifend sieht es also sehr gut aus für die Elektromobilität. Und wir werden immer günstiger Elektroauto-Neuwagen in baldiger Zukunft sehen. Was sagt ihr dazu? Und was vor allem sind eure Prognosen für die Zukunft der Mobilität? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. So, wir bleiben gleich noch bei den immer günstigeren Elektroautos, denn zumindest inoffiziell hat Tesla erneut sein 25.000 Dollar Elektroauto bestätigt. Während bisher ja die Ankündigungen lauteten, das neue Einsteigerauto von Tesla werde in der neuen Giga Factory in Mexiko gebaut werden, scheinen sich die Pläne von Elon Musk nun doch geändert zu haben. So soll das Modell einerseits zunächst in der Giga Texas und auch in der Giga Berlin gebaut werden. Zu tun haben könnte das wohl vor allem damit, dass die Giga Mexiko sich wahrscheinlich verzögert, sogar um ein bis zwei Jahre. In der bestehenden Fabrik in Texas und in Deutschland sind dagegen nur vergleichsweise kleine Neubauten notwendig, um das Model Q oder Model 2, wie es immer auch heißen wird, der Name ist ja, wie gesagt, nicht offiziell, zu produzieren. Dazu würde auch passen, dass Musk im März eine Erweiterung der Giga in Berlin beantragt hat, welche unter anderem eine weitere neue Produktionshalle vorsieht. Eine zeitliche Planung zum Tesla-Einstiegsstrom aus Berlin, die gibt es leider noch nicht. Allerdings darf man darauf spekulieren, dass Tesla nicht erst Jahre nach der Konkurrenz von VW Cupra Citroën einen günstigeren Strom auf den Markt bringen wird. Aufgrund der Mexiko-Verzögerung stehen die Chancen wahrscheinlich hoch, dass Tesla nun auf eine bestehende Fabrik ausweichen wird. Die Meldungen über die Produktion des Model 2 oder Model Q in Deutschland sind jedoch alle nur inoffiziell, also Gerüchte, da das Event von Elon Musk nur vor Mitarbeitenden der Giga Berlin stattfand. Es könnte aber dennoch etwas dran sein, da die Info ja von mehreren Personen bzw. Kanälen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Es wäre natürlich wünschenswert, den günstigsten Tesla hier für Europa direkt aus der Giga Berlin zu bekommen, da dies auch dazu führen würde, dass der kleine Tesla viel früher bei uns verfügbar wäre. Was sagt ihr zu den Gerüchten und wer von euch wäre in einem Tesla Model 2 interessiert? Ab damit in die Kommentare und jetzt geht's weiter mit Elli. Ja, wir bleiben auch noch kurz bei Tesla, denn da sind nun endlich in Deutschland die V4 Supercharger freigeschalten. In Deutschland hat das Ganze ja etwas länger gedauert, da der Betrieb noch nicht genehmigt war. Aber nun konnte eben auch Deutschland nachziehen und alle E-Autos können an den Chargern ihr E-Auto aufladen. Die V4 Charger können maximal mit 350 kW laden, was um 100 kW mehr ist als beim Vorgänger. Damit wird nun auch in Deutschland der Weg geebnet für den weiteren Ausbau eines Ultraschnellladenetzes. Und nun noch zu einem neuen Weltrekord, aufgestellt vom Riemanns Nivera. 275,74 kmh, ein bereits sehr hohes Tempo, aber nicht für den Riemanns Nivera, sollte man meinen. Interessant wird aber das Ganze, wenn man feststellt, dass dieser Geschwindigkeitsrekord beim Rückwärtsfahren aufgestellt wurde. Der Riemanns Nivera ist tatsächlich rückwärts eine Geschwindigkeit gefahren, die weder ein Tesla Model 3 Performance noch ein Porsche Taycan Turbo S oder andere Modelle beim Vorwärtsfahren schaffen. Das ist schon richtig beeindruckend, gerade wenn man auch die Physik dabei betrachtet. Es ist nämlich absolut nicht einfach, ein Auto bei so einer rasanten Fahrt im Returgang stabil auf den Asphalt zu halten. Hut ab also an den Testfahrer, der diesen Rekord erreicht hat. Für was man das Ganze allerdings braucht? Ja, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zu den Erlkönigen dieser Woche. Und da haben wir diesmal neue Bilder des Audi A6 Avant e-tron für euch. Präsentiert wird er im kommenden Jahr, bevor er 2025 auf den Markt kommen soll. Sehr gut zu erkennen ist auf den Fotos vor allem die Lichtgrafik vorne und hinten. Außerdem erkennen wir an diesem Erlkönig kamerabasierte Außenspiegel. Wie bei den anderen Audi Modellen auch, wird es die vermutlich beim A6 e-tron nur optimal und gegen einen Aufpreis geben. Und auch der Q6 e-tron wurde mal wieder gesichtet, diesmal als Sportback. Hier erkennen wir einerseits das durchgehende Licht hinten, welches ja mittlerweile die meisten Audis haben. Außerdem gelingt es bei einer Perspektive, ein kleiner Blick in den Innenraum zu gewähren, wo wir ein Setup aus zwei großen Displays erkennen können. So, das war es auch schon wieder mit den News. Über einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich wie immer. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Folgt uns auch auf Instagram und auf TikTok. Da haben wir regelmäßig Kurzvideos für euch. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen ganz schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.